Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Astrid von Papier-Oise, euer kreativer Chaos-Kopf und ich mache heute wieder etwas von der Christy Warren. Ich habe ja schon zwei so Boxen gemacht. Die letzte war jetzt diese Clumpshell Bookboard, nennt sich das. Das heißt, also ich dachte, das ist ein Name, mit dem sie der ganze Sache gegeben hat, aber das heißt wohl wirklich so. Ich weiß jetzt nicht warum, bei Clumpshell ist doch irgendwas mit Muscheln oder so. Auf jeden Fall, die sieht dann so aus und da kann man dann eben so ein Album reintun. Ich habe es basierend auf der Größe gemacht. Ich sage gleich was dazu noch. Das war eigentlich so ein Test. Erstens wollte ich dieses neue Papier testen, das ich mir da gekauft habe, dieses Schmuckpapier. Und zweitens, ja wie gesagt, wollte ich nicht gleich so ein großes. Ich möchte nämlich für meinen Junk Journal hier so eine Buchbox machen. Ich hoffe, es reicht die DIN A4 Graupappe, weil ich habe keine in Größe. Ich habe die 30x30 nicht. Ansonsten müsste ich dann einfach pausieren und später weitermachen, weil ich es bestellen muss. Ich verliere noch mal ein paar Worte zu dem Schema hier. Wer das schon kennt und bei den anderen Videos gesehen hat, kann das natürlich überspringen, aber nicht jeder schaut alle Videos und vielleicht kommen gerade neue dazu. Und dann sehen die das und denken sich, wie meine Freundin, der ich das geschickt habe, die dann meinte, ob ich ihr ein Matheblatt geschickt habe. Also die Christy Warren hat auf ihrer Homepage, und ich verlinke das auch natürlich dahin, diese Scheme oder diese, fällt mir der Name nicht ein, gibt uns diese Berechnungsgrundlagen für solche Boxen mit. Und die kann man sich ausdrucken. Und wenn man mit Bleistrift schreibt, ich habe es jetzt auch gerade wieder rausradiert, dann brauche ich es nicht jedes Mal ausdrucken. Und das würde ich ja dann wegschmeißen, weil man macht ja nie immer die gleichen Größen von Alben. Auf jeden Fall ist es einfach super. Also ich finde es super für jemanden wie mich, weil wir, wenn wir euch Tutorials machen, dann geben wir euch natürlich immer die Größen auch mit. Und dann habt ihr die Größe und dann könnt ihr das so nachbasteln und fertig. Jetzt wollt ihr es aber größer oder kleiner. Natürlich gibt es Leute, die können sich das super einfach umrechnen und sagen, okay, keine Ahnung, mache ich überall 5 cm weniger oder dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das irgendwie nicht. Bei mir wird es dann einfach nichts. Keine Ahnung, wenn ich da anfange, da was abzuziehen und da was abzuziehen, irgendwas vergesse ich dann. Auf jeden Fall, bei mir wird das nichts. Und hier habt ihr einfach ein Schema, eine Formel, die ihr immer anwenden könnt, egal wie groß eure Box werden soll. Und das finde ich halt einfach super. Das schade auf den ersten Blick, weil es auch Englisch ist. Ich weiß natürlich, dass es Menschen gibt, die kein Englisch sprechen. Aber es ist nicht so schwer. Gerade weil man es auch mit Zahlen dann hat und diese kleinen Buchstaben. Es ist nicht schwer. Also gebt dem eine Chance, wenn ihr jetzt schon denkt, so, ah ne, Englisch kann ich nicht, mache ich aus. Gebt dem eine Chance, glaubt mir, ihr könnt es bestimmt. Und ich habe am Anfang auch gedacht, so, mei, ist das super. Und habe mich hingeguckt und ich habe auch gleich angefangen, was zu machen und habe irgendwie den Plan nicht kapiert. Und dachte mir so, jetzt kann ich Englisch eigentlich sehr gut und ich schaue ja eigentlich nur englischsprachige Videos an, aber irgendwie habe ich es nicht kapiert, was da drin steht. Und ich war wahrscheinlich zu euphorisch und habe mir da gar nicht die Ruhe gelassen, das mal durchzulesen, sondern ich will ja immer gleich anfangen. Ich bin ja so ein Mensch, ich sehe ein Video, ich sehe ein Projekt, das gefällt mir. Ich fange ja sofort an. Ich schaue mir dann nicht mehr das Video zu Ende an, sondern ich fange sofort an. Und so war es halt hier auch und hier bin ich halt nicht klargekommen. Da war ich ein bisschen frustriert am Anfang. Aber es ist ganz einfach. Ihr drückt euch diese Pläne aus. Es sind meistens, also hier sind es jetzt mal nur zwei. Beim letzten Projekt, glaube ich, waren es fünf Blätter, meine ich sogar. Je nachdem, wie viele Zuschnitte man halt einfach auch hat. Ihr habt hier einmal beim ersten Blatt, das sind die Zuschnitte für die Graupappen. Das Schöne ist, hier oben bei diesen roten Linien, das ist eure Grundbasis von eurer Box. Also welche auch immer ihr macht, sie hat ja verschiedene drinnen. Das heißt, ihr könnt da angeben, eure persönlichen Größen. Und am Ende wird es bei jedem, egal wie groß oder klein er die macht, wird es perfekt werden. Ihr seht dann immer so kleine rote Buchstaben. Die müssen wir uns halt alle ausrechnen und die übertragen wir dann hier in unsere Graupappenstücke. Und dann haben wir hier die Graupappen und die entsprechenden Größen dazu. Und das ist halt eine kleine Aufgabe, die machen wir vorher. Das ist halt ein bisschen was zum Ausrechnen, aber das ist Grundschulkenntnis von Marte, also keine Angst. Das Schöne ist auch, ihr müsst jetzt nicht irgendwie ein Album basteln, das in die Box reinpasst, sondern ihr habt ein Album und da macht ihr die Box passend dafür. Ich habe jetzt, ich wollte ja eigentlich für meinen Junk Journal eins machen und deswegen nehmen wir jetzt die Größe von dem Junk Journal. Das heißt, wir brauchen die Länge, die Breite und die Tiefe. Jetzt habe ich hier bei meinem Junk Journal ja Perlen, die müsst ihr natürlich mit bedenken, dass wir nicht nur die Breite nehmen, sondern ich muss ein bisschen breiter gehen. Dann ist es bei mir, bei meinem Lineal so, dass die Null so ungefähr 5 Millimeter nach der Kante anfängt. Ist ein bisschen blöd oder auch nicht blöd. Ich stelle mir jetzt hier einfach diese Matte bündig an, weil dann habe ich die Perlen mit eingerechnet. Und jetzt, wenn ich mein Lineal anlege, sind ja 5 Millimeter mehr, weil meine Null erst bei 5 Millimeter anfängt. Anfängt. Wisst ihr, wie ich meine? Aber, ich lasse das jetzt so. Ich gebe da jetzt einfach 5 Millimeter dazu, weil dann, zum Beispiel bei der Box, gut, da waren meine Zuschnitte nicht ordentlich, muss ich jetzt dazu sagen, ist es halt sehr stramm geworden, dieses Album da reinzulegen. Ich hätte es halt lieber, dass man das Album einfach so flupp fallen lässt und nicht nur einen kleinen Drücker geben muss. Von daher, diese Box, nenne ich es jetzt mal, wenn die jetzt da 5 Millimeter, das heißt 2,5 Millimeter bei jeder Seite, ein bisschen länger ist, glaube ich, ist das okay. Und deswegen, jetzt bei mir persönlich, bei diesem Lineal, das erst bei 5 Millimeter mit der Null anfängt, lasse ich das jetzt einfach so und tu da nicht rum. Also, ich stelle mir jetzt das einfach hier hin, damit ich die Kante habe, meine Perlen dabei sind und dann sind wir bei 17 Zentimeter und habe ja jetzt ein bisschen Spiel aufgrund dessen, dass ich ja 5 Millimeter sowieso dazu habe. Das war die Breite. Also, dieses W ist die Breite. Dann haben wir die Länge, da habe ich ja auch meine Tab Holder an der Seite, die ein bisschen überstehen, das heißt, ich gehe hier wieder an meinen Tab Holder hin und halte mir einfach die Matte und dann kann ich das wieder schön messen und komme auf 23. 23 in der Länge und dann haben wir noch die Tiefe, also die Dicke. Da lege ich mir jetzt, das seht ihr jetzt leider nicht, ich lege mir das jetzt ein bisschen so an die Kante, damit ich mit dem Lineal, obwohl, es ist ja egal, wir haben ja gesagt, wir geben die 5 Millimeter dazu, das heißt, ich kann jetzt hier am Boden am Boden auflegen und komme dann auf 4,5 ok, also 4,5 muss ich nochmal kurz schauen ok, und basierend auf diesen Größen, die ihr hier oben jetzt angegeben habt, und die könnt ihr natürlich individuell eintragen, was ihr halt braucht an Größe und basierend auf diesen Zahlen rechnen wir uns jetzt die Zuschnitte der Graupappe aus wir haben die Länge mit dem kleinen a, die Breite ist das kleine b und die Tiefe ist das kleine c jetzt kommen wir zum Punkt 1, das ist von dem kleinen, von der kleinen Box innen, der Boden der ist natürlich in der Größe, Länge, Breite, wie unsere Box eben ist das heißt, wir haben das kleine a mit 23 und das kleine b mit 17 ihr könnt, scheut euch nicht, wenn es 0,2345 ist, das auch einzutragen habe ich bei der anderen Box auch gemacht ja, es soll er genau sein ähm dann haben wir hier die Graupappe, das können wir übertragen a und b haben wir ja jetzt schon das heißt, wir haben hier 23 und bei b 17 dann zweite ist von der kleinen Box innen, das längere Stück da haben wir c mit 4,5 und a ist 23 und da geben wir jetzt 5 mm dazu, wie es hier steht ähm das einzige, wo ihr drauf achtet wenn ihr jetzt so wie ich die Größen in Zentimeter schreibt und die Zugaben sind ja immer in Millimeter also da bin ich am Anfang ein bisschen durcheinander gekommen und hab dann gesehen, okay, plus 5 mm hab dann 23 plus 5 ist 28 gerechnet ähm, bis ich dann gesagt habe, oh je, das sind ja Millimeter ähm, also da einfach drauf achten, dass es euch dann nicht so passiert wie mir also nicht beim Zuschnitt ist es mir nicht passiert, mir ist es dann schon aufgefallen aber, ja, wir mischen halt eigentlich Millimeter mit Zentimeter aber ich glaube, es ist relativ ungewöhnlich, dass wir uns eine Größe von der Box in Millimetern und sagen also ich sage ja nicht 230 x 170 x 45, wisst ihr, was ich meine? also von daher einfach ein bisschen mitdenken dann haben wir von der kleinen Box die zwei schmalen Seiten da steht auch dort ein Cut 2, also zwei Stück ausschneiden Cut 1 ist dann natürlich 1 dann haben wir wieder das kleine C hier ihr könnt euch immer nur an den roten Zahlen orientieren die anderen, die da immer stehen, braucht ihr nicht beachten also C ist 4,5 und B ist 17 achso, wir können uns das auch übertragen also zwei haben wir dann ähm, D mit 23,5 und C ist 4,5 und bei der dritten haben wir B mit 17 und C mit 4,5 dann diese größere Box auf der anderen Seite haben wir wieder A mit 23 plus 10 mm ist 1 cm, dann sind wir bei 24 dann haben wir B mit 17 und da kommen 6 mm dazu also 17,6 dann haben wir bei 4 E mit 24 und F mit 17,6 dann die kleinen Seiten von der großen C mit 4,5 plus 5 mm sind 5 dann haben wir bei G 5 und dann haben wir E E haben wir uns ausgerechnet, ist 24 da geben wir auch 5 mm dazu und sind bei 24,5 für H dann die zwei kleinen Seiten brauchen wir wieder zwei Stück wir haben C mit 4,5 plus 5 mm sind 5 dann haben wir G mit 5 und F ist 17,6 da haben wir unser F schon ausgerechnet dann haben wir die Deckel brauchen wir zweimal dann haben wir F mit 17,6 plus 8 mm sind 18,4 für K mal E ist 24 plus 13 mm sind 25,3 für M und dann haben wir noch dieses Rückenteil da haben wir G mit 5 cm plus 2 mm sind 5,2 dann haben wir N mit 5,2 und dann haben wir M mit 25,3 also ganz einfach zum ausrechnen und jetzt haben wir hier unsere Graupappen und schneiden uns die zu und wenn ihr zuschneidet, schreibt auf die Graupappen auch immer diese Nummern da mit drauf und ihr könnt auch die Richtungen hier beachten die gibt sie immer an das ist mit der Laufform wahrscheinlich und hier ist es dann das ist dann das Papier und Buchbinderleinen da gibt sie dann an wegen dem Design wie das ausgerichtet sein muss wenn ihr ein Papier habt mit Design gut und jetzt schneiden wir uns erstmal die Graupappen zu so jetzt habe ich alle zugeschnitten übrigens ihre Berechnungen sind immer basierend auf einer Graupappe von 2 mm und ich habe jetzt gerade, weil ich nachbestellen wollte ich war der Meinung, ich habe 2 mm bei mir sind es nur 1,5 mm Graupappe hat jetzt aber zumindest bei den letzten Malen nichts gemacht, also ich habe jetzt wieder Nachschub bestellt auch in 1,5 weil es gab nur 1,5 oder 1 mm und ich weiß, dass ich mir gedacht habe 1,5 ist eigentlich, finde ich die ideale Stärke oder Dicke nicht zu dick und nicht zu dünn 1 mm ist man ja, also für die Alpen oder so zu dünn und 2 mm war mir teilweise einfach zu dick ja, das ist nur am Rande also ihre Berechnungen sind aufgrund von 2 mm Graupappe so, die Zuschnitte sind fertig und jetzt können wir anfangen uns die zwei Boxen mal zusammen zu leimen und zwar wir fangen mit der kleinen mal an da brauchen wir die Nummer 1 also das ist small, small, small sind die kleinen die ersten drei das heißt, ich brauche die Nummer 1 dann die Nummer 2 und zweimal die Nummer 3 genau und ja, das ist glaube ich jetzt selbst erklärend dass das halt jetzt einfach so hinkommt und wir fangen an mit den kleinen und geben uns an der Kante Kleber drauf also am Anfang ist das ein bisschen eine wackelige Angelegenheit ist logisch, bis dann das Papier drüber kommt und dem Ganzen ein bisschen mehr Stabilität gibt aber wenn ihr einen guten Kleber habt dann funktioniert das so dann nehme ich mir hier diese Matte immer und verrisse das hier an und da sieht man jetzt schon ob man genau geschnitten hat oder nicht wenn da jetzt was übersteht oder ja, wenn es übersteht wenn es zu kurz ist, ist es schlecht aber wenn es übersteht könnte man halt da noch ein bisschen nachkorrigieren ich gehe dann immer her und nehme das Ideal und presse da so ein bisschen dagegen und warte halt einfach so ein bisschen bis der Kleber anzieht jetzt ein bisschen zu lang das heißt schneiden wir da gleich wie lang soll das sein? 3 17 schauen wir mal so ja, das ist mit den Graupappen finde ich nicht so einfach die zuzuschneiden weil wenn man das ich habe einen Papierschneider einen alten den benutze ich immer dafür der macht aber manchmal so weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt ja, wie nennt man das? seht ihr das an dem Raum? jetzt sieht man es glaube ich ganz gut genau, das kommt durch diesen Papierschneider dann habe ich ja jetzt eine ganze Zeit lang diese Graupappen mit dem Hebelschneider zugeschnitten weil der eigentlich ganz gut durchging aber da passiert es dann oft dass du nach unten irgendwie ein bisschen verrutscht gerade das ist ja der große auch ja, das weiß nicht, bei mir mit dem Zuschneiden das ist nicht so einfach ja okay, und den kleinen machen wir ganz genauso das war jetzt der kleine jetzt kommt der große da brauchen wir die Teile 4, 5 und 6 4, 5 und 6 und ja, wie gehabt die kleinen Teile zuerst schauen wir mal, ob die passen das war jetzt dann sind die zwei Schachteln mal fertig ups, jetzt habe ich die ersten Dinger schon eingetragen und ging weg, dass die Kamera gar nicht an ist also nochmal von vorne wir machen jetzt die Zuschnitte fürs Papier beziehungsweise für Buchleinen sie mischt es ja ich würde nicht allzu dickes Designpapier nehmen weil ich ich denke halt immer so wenn das Papier dann zu dick ist das hat ja dann auch nochmal eine gewisse Stärke da kann es dann vielleicht sein oder passieren dass irgendwo dann zwickt und zwackt wisst ihr wie ich meine also Buchleinen oder jetzt normale Stärke vom Papier wir haben für den Deckel ist es der Lit K wir brauchen jetzt das vorhergehende Blatt das haben wir uns nämlich schon ausgerechnet das K das sind diese 18,4 und da geben wir 15 Millimeter dazu also 1,5 Zentimeter ist dann 19,9 das ist dieses große A dann das können wir uns hier schon mal übertragen dann haben wir M mit 25,3 gehabt und da geben wir 3,8 Zentimeter oder 38 Millimeter dazu dann haben wir 29,1 für B dann haben wir hier die Nummer 9 zweimal da könnt ihr jetzt drauf schauen wie das Design laufen muss deswegen hat sie da immer die Pfeile gemacht vielleicht mache ich jetzt ich suche mal bewusst irgendwas mit Design aus mal schauen ob das so passt dann wissen wir es gleich dann haben wir die kleine Innenschachtel da brauchen wir C haben wir mit 4,5 und das brauchen wir zweimal C mal 2 ist 9 plus 22 Millimeter sind 11,2 ist dann das große C wo haben wir das große C hier 11,2 auf B ist bei uns 17 plus 1,9 sie macht immer diese 1,9 Millimeter Überstand sind könnte natürlich auch 2 nehmen um Gottes Willen also ich glaube das ist wie gesagt das Papier das ist nicht weiter schlimm ich bleibe aber jetzt mal bei der Genauigkeit sind dann 18,9 für große D 18,9 dann da haben wir auch 18,9 und C haben wir auch gesagt das 11,2 dann für das lange Teil bei der Box innen haben wir das große C mit 11,2 auf Dora ist das kleine D 23,5 plus 25 Millimeter sind 24 sind 26 für F 26 für F dann die kleineren Teile haben wir großes D mit 18,9 da haben wir es ausgerechnet auf A A ist wieder unsere Grundgröße mit 23 minus 3 Millimeter sind 22,7 für H 22,7 dann geht es weiter für die größere Innenbox haben wir G wie Gustav das kleine G haben wir wo ist das kleine G 5 und das brauchen wir mal 2 also 10 und geben 22 Millimeter dazu sind 12,2 für das große J K 12,2 12,2 auf F F ist 17,6 plus 1,9 sind 18,6 sind 19,5 für das große K 19,5 19,5 dann die lange Seite für die größere Schachtel haben wir J großes J 12,2 auf H kleines H kleine Buchstaben sind hier H 24,5 plus 25 Millimeter sind 25 sind 27 für das große N dann haben wir den für den Boden großes K mit 19,5 auf E kleines E 24 minus 3 Millimeter sind 23,7 für das große P wo bist du 23,7 dann haben wir für die Außenseite von dem Rückenteil und habe ich vergessen zu radieren das vorhergehenden so N N N N mit 5,2 und da geben wir 4,4 Zentimeter dazu sind 9,2 sind 9,6 für das Q 9,6 9,6 und dann für die Innenseite vom Rücken ist großes Q 9,6 auf A ist wieder unsere Grundgröße 23 plus 2 Millimeter sind 23,2 für S da habe ich was vergessen ähm für das Außen muss ich noch weiterrechnen ähm M 25,3 plus 3,8 Millimeter sind 26,1 29,1 ist dann R so das sind unsere Zuschnitte für ähm für na jetzt habe ich einen Hänger für das Papier beziehungsweise für das Buchleinen und schaue ich mal was ich da an Designpapier jetzt glaube ich werde mir nämlich ein bisschen was auch selber ausdrucken mache ich jetzt so ich nehme euch ja jetzt da mal mit ähm in der Hoffnung dass alles klappt ich habe mir jetzt einfach mal passend zum Journal diese Papiere nochmal ausgedruckt einseitig äh randlos naja hier ist wieder ein kleiner Rand aber ich glaube wie gesagt das liegt immer an der Teil selber ähm weil einseitig seht ihr ja mit randlos gedruckt ähm ich habe ja jetzt Cover und mein Buchrücken auch noch und dann müssen wir die Box diese Seitenteile überziehen und innen jetzt habe ich mir gedacht ich hoffe das geht sich jetzt aus das sind noch nicht zugeschnitten ja ähm das wird kein Problem sein dass wir das Motiv hier einfach drauf bringen da links und rechts oben unten umschlagen ich glaube das ist kein Problem einmal vorne einmal hinten ähm die Seitenteile da habe ich mir das jetzt quer ausgedruckt dann ist es natürlich nicht ganz drauf aber ich brauche es ja eh nicht ganz sondern ich muss halt diese kleinen Teile da überziehen und hoffe dass es gut ausschaut ich möchte halt schauen dass vielleicht die Zeiger da so ein bisschen drauf sind ungefähr so ich glaube das ist okay ähm habe ich mir jetzt mal viermal ausgedruckt für die schmalen Seiten auch mache ich dann ringsrum und schneide es halt dementsprechend zu dann haben wir noch bei den Boxen hier dann dieses Innenteil ähm das muss ich mal schauen das ist das Bottenpapier ähm das muss ich auch andersrum machen das heißt ich müsste es so ähm wie groß ist denn das Bottenpapier 22,7 mhm ja ich muss schauen also kann mir das eh alles nicht theoretisch vorstellen ich muss es machen aber was auf jeden Fall geht ist unser Cover mit den Airballons zu beziehen und da haben wir 29,1 mal 19,9 also 29,1 also das kann man eigentlich fast das könnte man wirklich fast in DIN A4 lassen also da wird ja so wenig weggeschnitten aber gut machen wir es halt ich schneide jetzt von unten weg 29,1 also und Breite 19,9 das schneiden wir von der Seite 19,9 ich habe jetzt ja war jetzt nicht mit Absicht Moment 19,9 das ist zweimal genau das gleiche ist aber ich musste ein bisschen schauen dass es ein Motiv ist das ein bisschen mittig ist ähm wo der Ballon halt nicht bis zum Rand geht weil ich ja das noch einschlage an der Seite das halt wirklich dann der Ballon stehen bleibt deswegen ist es jetzt unbeabsichtigt zweimal das gleiche geworden weil ich zweimal anscheinend auf die gleiche Datei zugegriffen habe wo ich mir dachte die eignet sich am besten aber ist jetzt auch nicht so schlimm weil wenn man jetzt für jedes Teil ein anderes Motiv nimmt ich glaube dann wird es auch ein bisschen zu unruhig und zu wuselig das Ganze so jetzt haben wir die und jetzt bin ich am überlegen mit dem Buchrücken nehme ich Buchbinderleinen bleibt eigentlich wieder nur das weiße weil ich jetzt farblich ein anderes nicht habe ich glaube das eine ist zu hell dann hätten wir noch das blau das wird eigentlich schon passen das habe ich ja auch innen genau dann nehmen wir doch Buchbinderleinen und zwar das blaue schneiden wir uns zu habe ich nämlich noch nicht gemacht das brauchen wir in 29,1 x 9,6 und das andere ist 23,2 x 9,6 dann haben wir jetzt alle Zuschnitte das heißt wir haben unseren Buchrücken hier das stimmt schon mal nicht Nummer 8 ist doch mein Buchrücken und was habe ich da zusammengeschnitten wahrscheinlich das falsche Stück wahrscheinlich habt ihr es in der Kamera gesehen und euch gedacht tue es nicht aber naja naja so lange ich es im Vorfeld immer noch merke wie geht es ja das heißt ich schneide mir jetzt ein Stück 9,6 und 29,1 und dann das ist unser Buchrücken und wir kleben die Nummer 8 hier auf bei dem anderen habe ich es ja so gemacht habe ich auch die Papiere alle komplett erst mal zugeschnitten mir immer nummeriert macht das auch aber da ich jetzt so ein bisschen auf das Design achten möchte mache ich das so Stück für Stück und deswegen brauche ich das Papier jetzt nicht nummerieren aber macht das ruhig also ich habe das wie gesagt bei dem anderen Projekt alles erst zugeschnitten schön nummeriert und dann erst beklebt brauche ich meinen Leim jetzt muss ich den mal kurz auffüllen oder umfüllen ich habe mir ja einen neuen bestellt das mache ich jetzt mit dem Pinsel so dann machen wir die anderen Seiten also Cover und was ist eigentlich die Dinge hier und dann kommen hier und hier unsere Cover drauf und wir brauchen wieder unseren Abstandshalter lasst ungefähr einen halben Zentimeter Abstand so dann schlagen wir die oberen ein beziehungsweise wir können auch mal kurz hier noch schön nachpfeuzen und hier kommt dann und hier kommt dann so als nächstes kommt dann unser Designpapier vorne drauf da lassen wir ein bisschen einen Abstand wie viel lassen wir da von der Falz ausgehend lege ich mir jetzt das Lineal da einfach so hin ich glaube schon mache ich mir wieder mal vielleicht gibt es so eine Linie ja es ist nicht ganz ein Zentimeter ganz toll zu sehen alles nicht ganz ein Zentimeter ja ähm dann pinsel mir mal ein so dann schneiden wir die Ecken ab ihr wisst ja immer ein bisschen stehen lassen damit ähm nicht die Ding raus schaut die Graupappe die Seite den kleinen Seiten an pinseln die ein und dann die gegenüberliegende Seite dann gehen wir hier so wie in so einem halbbogen ähm ähm bei der Ecke rum dass die schön drinnen ist so das ist die eine Seite und natürlich an der bei der machen wir das genauso so dann haben wir das mal und ich werde das jetzt wieder mit meiner Big Shot ein bisschen beschweren einmal zweimal zweimal und dreimal so die Papiere für die größere Schachtel habe ich mir zugeschnitten wir haben einmal die Nummer 15 hier wir haben zweimal die Nummer 13 mit ähm Pfeil nach unten und einmal die Nummer 14 mit Pfeil nach unten ihr könnt jetzt schon mal auch probieren ob die zwei Boxen überhaupt ineinander passen sollte nämlich so sein wenn das jetzt schon nicht passt dann brauchen wir nicht weitermachen aber das passt und ihr müsst das jetzt ihr müsst euch das jetzt folgendermaßen vorstellen bei der großen müssen wir diese Seiten verkehrt herum aufkleben also so rum 1 2 3 4 5 so rum ist es richtig das sieht man an der Uhr das heißt ich muss jetzt hergehen wenn das meine große Box ist und das hier hinkommt muss ich es da habe ich mir schon den Pfeil gemacht so rum aufkleben das ist so für uns wenn wir drauf schauen auf dem Kopf ist weil das ganze wird ja nachher wenn das dann da auch noch zu ist so angeschaut und dann ist es richtig rum wird nachher bestimmt noch klarer also deswegen auch die Pfeile jetzt ist es so wir gehen jetzt her und fangen mit dem großen Teil hier an das habe ich gesagt ist unten das ist unten dann können wir uns das schon mal hier so bisschen zurecht legen ich zeichne mir das jetzt vorher so ein bisschen an wo das ganze stehen soll dann wenn das dann eben mit Kleber eingeschmiert immer ist dann muss man nicht so schnell arbeiten weil der eigentlich relativ schnell anzieht da gehe ich jetzt her und mache so mit meinem Lineal und ihr wisst ja die 0 fängt bei einem halben Zentimeter an das heißt wenn ich ein Zentimeter messe dann habe ich ungefähr 0,5 und das ist dann ok zum Boden genau einigermaßen gerade ja ja und rechts und links dann Bleistift so ein bisschen an und dann kleber hier drauf dann machen wir Kleber hier an der Seite könnt natürlich auch vorher immer das ganze Papier einleimen aber mir ist das zu stressig da muss ich mal so schnell arbeiten ich mag das nicht ich mag das schön gemütlich und dann schlagen wir die Seiten hoch und hier unten drücken wir das so ein bisschen zusammen die Ecke und hier auch und schneiden die ab aber auf keinen Fall bis zur Ecke also ihr müsst ein bisschen Abstand lassen nicht bis runter schneiden ja also guten Abstand lassen damit die Ecke nicht frei liegt und dann können wir das hier ankleben und hier gibt es jetzt folgendermaßen und zwar müssen wir da dreimal einschneiden das heißt wir schneiden einmal zu der Kante zu der Kante hier ein ihr müsst auch gar nicht so extrem schräg gehen aber auf keinen Fall schneidet das komplett runter und dann hier nochmal auf der anderen Seite auch das Stückchen einschneiden dann haben wir drei solche Stückchen dann können wir nämlich das mittlere das geht dann genau um die Ecke rum machen wir hier Kleber auf diese Streifen dann können wir den hier schön um die Ecke oder in die Ecke rein nehmen wir dann am besten das Falzbein und dann legt sich der andere daneben und somit ist die Ecke schön zu also einfach diese Kante und diese Kante einschneiden wie gesagt ihr dürft ihr relativ gerade schneiden aber nicht komplett runter und das mittlere Stückchen da ist eben das Stückchen das dann sich schön in die Ecke so rein legt also ich nehme das mal und lege es dann so in die Ecke und und das legt sich dann so nach unten hin einmal weiß jetzt gar nicht warum das hier relativ knapp ist keine Ahnung kann ich mich da vielleicht verrichten was ist das für eine Large Long Side 14 mhm also es muss auf jeden Fall hier so ein bisschen überlappen natürlich reingehen gut dann jetzt die kurzen Seiten da haben wir das gleiche wieder verkehrt rum dann markiere ich mir das erst ein bisschen hier ist es jetzt so dass wir weder bündig noch das Papier raus stehen lassen sondern da wir hier schon ein bisschen drüber sind können wir hier so ein bisschen einrücken lassen unten wieder den Zentimeter wenn ich das jetzt hier anlege dann bin ich hier unten ein bisschen eingerückt also nicht bündig nicht so und das Papier muss auch nicht überstehen sondern ein bisschen einrücken und dann machen wir den Kleber und dann machen wir den Kleber hier an dieser oberen Ecke da nehmen wir wieder wie beim Album wie wir das kennen ähm unsere wo sind sie da schneiden wir uns die Ecke einfach ab Achtung wenn ihr das nicht habt dieses Teil nicht ähm nicht also ich schneide jetzt nicht komplett da ab weil dann wird mir jetzt ein großes Stück fehlen aber ich gehe jetzt hier so rein dass ich so ein bisschen den Abstand habe und gehe hier ihr wisst ja meine Devise nachschneiden können wir immer noch wenn jetzt das hier beim reinklappen oben geht aber ein bisschen vielleicht noch ähm wie gesagt nachschneiden kann man immer aber wenn es ab ist ist es ab und dann schneiden wir hier uns wieder was ein und damit geht dann diese Ecke diese kleine Lasche geht als erstes rein live dann kommt das hier ein bisschen einschneiden sonst also wie gehabt, das ist unten und das ist unten, machen wir jetzt sicherheitshalber schauen, ja auch hier wieder ein bisschen einrücken 1 cm bzw. 1,5 cm das ganze anzeichnen und dann kommt dieses innenteil sieht gar nichts gescheit hier ist ein bisschen überstand und da wird es dann einfach eingeklebt, das heißt wir pinseln uns wieder mal hier ein dann haben wir unsere erste innenbox fertig das heißt, wenn ihr die jetzt so zuklappt, haben wir die uhrzeit überall richtig rum also 12, 12, 1 also deswegen wichtig bei dem großen, die außenteile, euer motiv einfach verkehrt rum aufkleben so, dann machen wir das kleine, das ist das hier, das kleinere da brauchen wir jetzt 10, 11 und 12 die Papiere und ihr seht, bei 10 pfeilen nach oben, 11 nach oben und 12 nach oben das heißt, hier müssen wir jetzt richtig rum ja, also 10 sind, also das sind wieder die kleineren Teile das heißt, pfeilen nach oben, das ist einfach richtig rum aufkleben muss und mein inneres Papier dann auch lass mich überlegen, so geht es dann so ja, das muss ich dann auch so liegen natürlich genau, aber ich bin gerade wieder ein bisschen begeistert ihr wisst ja, es gibt Dinge, die gefallen mir nicht so gut, wenn ich sie mache wo ich sage, ja, ist okay aber es gibt halt auch manchmal auch Dinge, wo ich sage, so, oh, schön und das ist wieder so in die Kategorie, ach, schön ich glaube, das schaut schön aus mit der Box dann so, also, wie gehabt wir haben jetzt lange, mich nervt noch ein bisschen mein Papierschneider weil der halt immer dieses ausfranzte Papier hinterlässt jetzt muss ich überlegen, dass ich echt nicht durcheinander komme also das ist oben das ist oben also muss es so ja wir lassen hinten wieder diesen einen Zentimeter bis eineinhalb sind sie ja bei mir also ich lege es bei ein, ups, ich lege es bei ein Zentimeter an und dann ist es bei mir eineinhalb passt und schauen wir mal hier die Abstände ein bisschen rüber passt und dann zeichne ich mir es einfach nach damit ich weiß, wo ich aufsetzen muss weil ich die Graupappe mit Lime einpinsel und nicht das Papier einfach auch aus dem Grunde also ich sehe das auch bei dieser äh was fällt mir dann auch wieder nicht ein Christy, nicht Christy Moment, ich pinsel das kurz ein dann schaue ich noch mal wie es hier heißt ich kann es mir nicht merken Warren weiß ich, aber den Vornamen weiß ich jetzt nicht ähm die pinselt immer das Papier ein vielleicht ist das einfach auch der richtige richtige, rare Weg ähm, wie heißt sie? Christy Warren, genau sie pinselt immer das Papier ein ähm aber der Buchbinderleim, der zieht relativ schnell an und sie sagt es dann auch in ihrem Video dass man halt noch mehr ruhig ähm, nachpinseln soll wenn jetzt die Seiten zum Beispiel schon trocken sind also ist das bei ihr ganz genauso wohl dass der ähm, Leim schnell anzieht und deswegen äh ich weiß, mich wird das ein bisschen stressen und deswegen ähm mache ich das lieber so so wenn ihr übrigens ein bisschen Lärm im Hintergrund hört und denkt wir schreiten da bei der so rum mein Mann schaut Fußball genau nur dass ihr Bescheid wisst es ist nichts los ich habe mich jetzt an meinem Basteltisch noch kurz verzogen zu einer ganz ungewohnten Zeit am Abend ist ja nicht meine Bastelzeit aber ich möchte so gern die Box fertig kriegen weil ich so gespannt bin wie sie ausschaut und vor allem bin ich halt immer gespannt klappt alles das ist eigentlich fast die spannendere Frage dann haben wir hier ja wieder diese Ecken die kneifen wir uns so zusammen und schneiden sie ab achtung nicht bis zur Ecke runter schneiden sondern ein Stückchen stehen lassen da darf auch ruhig ein bisschen ein größeres Stück stehen bleiben und dann schlagen wir erst mal das hier ein wenn ihr nicht allzu dickes Papier nehmt also die eine Box habe ich ja mit diesem ich nenne sie jetzt mal Schmuckpapier gemacht und die hier ist jetzt mit meinem Papier wo ich immer meine Signaturen damit mache also 110 Gramm dann ist das ein sehr dankbares Papier einfach aus dem Grunde weil man gut so in die Ecken reinkommt weil man das gut in die Ecken mit dem Falzbein rein verteilen kann das finde ich sehr angenehm was natürlich dicker jetzt das Designpapier wäre immer schwerer wird auch und deswegen würde ich euch da wirklich auch empfehlen nehmt nicht einen allzu dicken Cardstock gerade jetzt das was jetzt kommt wir schneiden einmal hier einfach die Linie weiter ihr müsst gar nicht anschränken knapp bis zum Ende ein bisschen vorher stehen lassen und dann nehmen wir nochmal daneben auch dass wir hier drei so Stückchen haben können wir auch relativ gerade reinschneiden dann haben wir hier so drei Stückchen und das mittlere Stück das können wir nämlich dann wunderbar hier in die Ecke rein drücken und ja wenn jetzt eben der Cardstock recht dick wäre dann wird es halt immer bisschen schwieriger dann das Papier so zurecht zu biegen so ich mach mir das ein bisschen dann nehme ich mir das Fitzelchen da und suche das richtig schön hier in die Ecke und das geht wie gesagt mit dem Falzbein echt total schön und dann lege ich das andere einfach drüber und dann haben wir oben die Ecke echt schön zu das gleiche auf der anderen Seite also einfach immer gerade einschneiden ihr müsst nicht groß abschrägen einmal und dann noch einen zweiten Schnitt hier und dann gehen wir wieder her nehmen dieses Mittelstück und legen uns das schon mal so in die Ecke schön rein und das Falzbein macht dann den Rest einmal und dann mit dem anderen und dann kommt das hier genau wollen wir mal antesten ob es reinpasst na jetzt geht es hier raus oder dann haben wir wieder unser eine Stückchen dann brauchen wir die kleinen so jetzt haben wir ja nur noch das hier was da rein muss jetzt müsst ihr nur aufpassen dass wir das jetzt nicht zum Beispiel so einkleben weil das Ganze schließt sich nämlich so das heißt wir haben die große box hier auf der seite und die kleinere auf der seite und da muss natürlich unser Designpapier so rum rein und dann hier noch so und jetzt können wir eigentlich hergehen und können diese boxen wie ich sie immer nenne hier auf unser Cover setzen wir haben die größere haben wir links also die größere schließt auf die kleinere dann ja und das Ganze ist dann hier auch bündig mit der Falz das heißt wir richten uns das Ganze dann aus jetzt brauche ich doch noch meinen Kleber ach das wäre schon weggeräumt dann bepinseln wir wieder unseren unteren Teil dieser box dann schauen wir mal schauen dass die Abstände auch gleich sind schauen dass die Abstände auch gleich sind jetzt irgendwas schweres rein so mit der anderen Seite machen wir das jetzt ganz genau so erstmal alles schön einpinseln dann gehen wir jetzt wieder her platzieren uns das einigermaßen mit dem gleichen Abstand und was wir jetzt machen ist jetzt lassen wir schauen dass das ungefähr gleich hier ist alles ein bisschen sieht gut aus ein Kilo Gris jetzt lasse ich mir ein bisschen antrocknen so jetzt ist sie fertig es ist nie schlecht wenn ihr mit so Leim arbeitet wenn ihr die Pappen immer mehrere Stunden trocknen lassen würdet mit dem Gewicht ich lasse jetzt auch über Nacht dann nochmal die Big Shot draufstehen dass sich halt diese Pappen wirklich auch schön ausbreiten und nicht wölben irgendwie man schließt jetzt einfach ja ist eigentlich egal wie rüber das man schließt die große naja eigentlich so weil ist ja wie ein Buch und jetzt können wir unser Album da reinlegen und haben hier eine schöne Box für dieses Album ich finde es richtig richtig schön man müsste es vielleicht nochmal überlegen mit einem Verschluss ob das wäre dann Next Level ein Verschluss man könnte auch schauen ob ich da jetzt was drauf lege dass es da sich ein bisschen runter drückt das ist natürlich auch das Album ich hätte es einen Ticken höher machen dürfen also ich muss beim Ausmessen der Grundfläche von der Box müssen wir gar nicht so exakt sein lieber geben wir ein paar Millimeter dazu aber auch nicht zu viel weil es soll ja nicht rumschlackern ja das war es jetzt die Box richtig schönes großes Ding auch und ich lege da jetzt über Nacht wie gesagt ein bisschen Gewicht drauf damit sich die das habe ich bei meinen anderen diese Storage Boxen die ich mal gemacht habe auch gemacht und dann bleiben die auch richtig schön unten ja das war es mit dem Tutorial jetzt ich hoffe ihr kommt mit dem Planing klar und das klappt auch bei euch so wunderbar und ich sage an der Stelle danke dass du dabei wart und bis zum nächsten Mal tschüss